Moin Moin! Willkommen zurück zu Psychonauts 2. Wir bringen jetzt das coole Gehirn, was wir uns gerade hier geklaut haben, zurück zu Nick in der Poststelle, um ihn zu helfen und damit er uns hilft, reinzukommen in die Poststelle selbst. Also in das Hintertürchen in der Poststelle, besser kann man sagen. So, versuchen wir mal. So, gibt's hier auch so eine Schnellreise, Fummel-Dummel? Nicht auf den Berlern. Hallo? Oh Mann, die anderen Gäste werden so glücklich sein. Okay, müssen wir rüberhopsen. Geht ja auch. Na so, taucht ihr auf? Oh! Oh, eingekässe. So, gehen hier schnell über das Ding rüber. Und dann ab zur Poststelle. Foyer. Vorstellen, ein Ding gibt's nicht direkt. Direkt. Also, ab so. Die Ladezeiten sind angenehm kurz bei den Spielen, muss man sagen. Ähm, na, die Xbox hat auch genug Power und die SSD ist auch schnell genug, muss man auch sagen. Ich habe das Gefühl, dass da ein paar straighte Gedanken nahe neben mir sind. Ich sollte das mit meinen Gedanken anschauen. Achso, direkt mit deinem rausgekommen, wie dumm. Okay, los, hier rein. Bitteschön. Dankeschön. Abschalt. Es kommt noch mal rein, wie es sich weiterfällt. Das sind das, was wir jetzt haben. So. Da unten müsste Nick jetzt sein, mit einem Kompter. Ach, Mann. Nick! Geeeg. Hahaha. Nick, wie fühltest du über eine Upgrade zu eurem Gefühl für Selbstversorgung? can you hear me ball of light are you in there light dark and every flavor in between but all these colors are just one band in this sensual rainbow of rainbows what is this room and how can i taste it all at once and who composed this symphony uh nick one symphony is beautiful but a hundred all at once oh god i can smell the big bang there's a net on the wall that's grinding its teeth everything is one is nothing is nothingness nothingness is this cashmere it's too delicious i should really go back in there but i'm just a little scared we're missing a rein los hey nick i've got something here that will help is it a blindfold earplugs it's geil eigentlich so eine tür einfach auf den kopf zu werfen reinzukriegen bei einigen menschen würde ich auch gerne mal reingehen um ein paar drähte neu zurecht löten aber einige leute uns echt verdient und dann mal reingeht und ein paar drähte vielleicht rauszieht und woanders entstellt okay hoffentlich krieg keine elektrische anfälle panikattacke kommt wie aus dem nichts ein paar drähte ihr handling ist so much better than i would be i don't like it here stay calm stay calm how do we get out of here i feel like i'm about to go on stage a wider response is triggering is ain't light light my heart is racing i have a heart oh no i can't breathe my heart is racing i don't want to beat it it's just too fast hat doch ein paar mal getroffen okay this is good let's stay here die sieht ein bisschen roselig aus was ist das denn i don't like the looks of these but i guess they're a sign that he's remembering something okay hope this is a good memory nichts mit machen ich kann mir die nur angucken so okay oh god okay schon wieder ein bisschen abgefahren das ist ja auch witzig okay mal gucken was wir hier genau machen müssen jetzt sammeln wir den ganzen Ring ein aber alter 263 stück einsammeln das ist natürlich ein bisschen viel okay ja anscheinend lieben sie mich oh sie lieben mich nicht das ist nicht schlecht das ist hier ist die situation nix body senden all sorts sensor smells tastes visual sounds tactile feedback die 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 hat schon ganz witzig gemacht der seite er ich meine ich meine ich muss ich müssen wir doch gar nicht einleiten ich meine ich damit jetzt nicht 263 stück ein wir wollen ja die story machen und nicht alles einsammeln okay dass wir gucken was ja story mäßig hier noch erreichen können leider so viele aber ich krass kuss an ich weiß nicht ich bin glücklich, dass ich wieder eine wunderschöne ich bin glücklich, dass wir wissen was du wissen, die Vision so sehr wie mein Freund vor warst du in einer Band mit Ford Kruller ha ha gut old Vision er hat immer so gut ein Augen zu du wissen, visual ich verstehe Ich schmeiß nur mit Tomaten, was können wir denn da machen? Geistigen Willen? Geht dritt vielleicht? Also irgendwie müssen wir ja noch was finden hier. Okay, also hier ist nicht so viel. Ich glaube, die wollen den Feast, Mann. Wenn wir den vielleicht hier... Ah, schön. Ähm, machen wir mal kurz hier hin. Okay. Okay, das ist nicht so viel. Da können wir doch auch, weil ich kann nichts spielen. Könnte ich da durchlaufen? Nee, kann ich nicht. Okay, da kommen wir nicht hin. Ja, ich denke, die wollen nur Sie, Leute. Ja, es ist immer schwer, auf der ÖPNV-Aktur. Sorry. Ist die Frage, was sie machen sollen? Können wir da oben hin und wir hoch? Ich denke, ich höre etwas. Was wird denn? Können wir auch nicht hoch. Hm? Können wir da irgendwie auf diese... Können wir auch nicht herauf, ne? Was kann man da machen? Ich sehe da noch keine Verbindungs-Symbole, wo wir uns schnell mal verbinden können. Ich denke, da ist ein bisschen emotionales Brot. Aber wo hört er das denn? Hier oben drauf vielleicht? Nee. Also hier können wir nicht längs, glaube ich. Nee. Dann schicken wir uns gleich wieder zurück. Können wir dahinter gehen? Können wir dahinter laufen nochmal? Guck mal. Ach, guck mal, hier ist ein Gewege. Gut. Aber hier gibt es auch ein Gewege. Halt die Sonne. Okay, wir kommen einfach nur wieder hier raus auf der anderen Seite. Krieg ich jetzt eine Gehirnhälfte. Sehr gut. Aber hier, weiter kommen wir hier nicht. Ach Mist. Das ist ja echt blöd. Ja, weil wir geht es denn echt nicht. Hm. Okay. So, wo müssen wir längs? Das ist doch eine große Frage. Ja. Komm, hier hinten auch noch mal durch hier vielleicht. Nee, ich bin jetzt kein Gewege. Komm, hier rüber. Wir können hier irgendwas machen, vielleicht mit unseren geistigen Fähigkeiten. Das ist ja auch nicht so richtig. Mentale Verbindung können wir hier wahrscheinlich auch nicht machen. Was ist das? Okay. Also irgendwie. Kann ich mich vielleicht verbinden mit dem hier? Warte mal. Nee. Was kann man da machen jetzt hier? Ich frage ihn nochmal. You know what this crowd wants? Yeah. They came for a feast of the senses. Okay. So give it to them. Oh wow, man. It's been so long. I don't even know where my violin is. Ich will die Regal finden. I'll find your violin. Just tell me where you last used it. Can I even remember what it looked like? If only you could see the world the way I see us. Okay. Jetzt wird sie denn ein bisschen tricky. Okay. So, wir laufen mal hier längs. Ich nehme das ganze Geld mit. Wir wollen nochmal was kaufen nachher. Whee. So. Oh, das ist lustig. Das ist lustig. Okay. Oh, vielleicht ist es zu gut da rein zu gehen. Man, diese Dinge sind zu schnell. Check das out. Vielleicht klären wir jetzt, wie man die ausmachen kann. Da gibt es ja mehrere von denen in der ganzen Welt. Wow. Okay, neue Technik gelernt. Cool, eine neue Fähigkeit. Das ist schon wieder lässig. Ist das all die Farben, die da sind? Ja, alle Farben sind das wohl nicht. Ist das ein Fisch? Ja, das müssen wir da oben haben. Okay. Yes. Das ist die Beste Grafik hier, ey. Also ich glaube, für Epileptiker ist das kein Spiel. Da ist die Violine. Ich habe Augen auf dem Ziel. Und ich habe Augen auf mich. Hallo. Ich habe den Violin gesehen. Ich habe den Violin gesehen. Sie gesehen haben? Ich bin sorry, wenn Sie bereits gesehen haben. Ich denke, wir sollten uns mit uns beherauschen. Sie wissen? Okay. Auge kann ich nicht treffen da hinten Oh nicht, Mist Okay Komm hier rauf Oh nicht, okay Wie kommen wir da rüber? Müssen wir vielleicht Ist noch ein anderer Weg? Also müssen wir irgendwie das Auge da drüben aufkriegen Vielleicht können wir das Hellsehen wahrscheinlich nicht Das Schießen brachte auch nichts Also ich kann ja nicht einfach hier rüber gehen, oder? Glaube ich nicht Gut So, gut ein Was will ich dann machen hier? Okay Ah, okay, warte Dann müssen wir wahrscheinlich Da rüber machen Ah ne, warte Dagegen, ne? So war das, ne? So Ah, okay Ja, hätten wir bei anderen auch besser aufgepasst Hätten wir das gewusst Oh, warte Die will ich auch haben Ah, warte mal kurz Die holen wir uns auch Die fliegen ja auch nur nicht um uns rum Äh? Wo kommt er denn? Ja, haben wir Okay Ich hab's gar nicht gesehen Okay Okay, dann müssen wir gleich oben lenken Dann müssen wir die wieder verlangsamen Ähm Das ist noch ein bisschen Kohle für uns Also wir würden nichts hinschieben Das kriegen wir hin Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier rüber Es ist schon Ist schon sehr, sehr cool gemacht Alles, ne? Da kommen wir nicht einfach so rein Na gut Check 1, 2 Check 1, 2, 3 Und dann hoch Weiter Oh, das sehen wir gefährlich Let's go somewhere else Oh, eine Also hätten wir gar nicht lenken sollen Wahrscheinlich, ne? Aber wo denn? Ach, das ist das eine Schaukel, die ich jetzt erst Okay Oh, was ist das? Do you eat it? Only if you're not careful Okay Okay Oh, let's do that again Ne, jetzt müssen wir einen Lichtschalter machen Ja Sehr gut Also man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass sie hier nicht für Abwechslung sorgen Also das wirklich nicht Die Musik Oh nein, wir gehen die Panik-Tüten kämpfen Das gehen wir auch hin Oh Okay Oh nein Ach ja Ah, haben wir auch noch Oh 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 Stay calm Oh Mist. So. Jetzt aber. Gerade auch noch so, ne? Nicht mehr viel Leben. Psycho bist du halt. Ne, ist halt ein Psycho. So. Was ist da, Sam? Haben wir was für dich? Ne. Leider nicht eingesammelt unterwegs. Als wir diese Lichtstückler erhoben werden, wird das Stageshow unglaublich sein. Hey, mehr von diesen Tötungsfreunden. Ich war vorhin in da zu fallen. Aber ich mag nicht den Blick auf das Ding. Hier höre ich doch irgendwas. Kann ich einfach runterspringen oder so? Okay. Oh, warte mal. Okay. So. Oh, das war der Fall. Wie ist denn die Lieben? Wie ist denn die Lieben? Okay, uh. Oh. Warte. Okay, warte, warte, warte. Ich muss noch kurz mal hier reingehen und... Kann das machen. Irgendwas? War hier doch, ne? Oh! Nein! Ah! Ja. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall irgendwas eingesammelt. Weiß nicht mehr. Was war Hut? Hut? Stachel? Irgendwas. Ja. Ist schon ganz cool mit dem, mit dem, mit dem Zeit anhalten. Oh. Ich liebe das Schaden. Und die Perspektive. Warum benutze ich diese Termine richtig? Es ist schon lange. Oh. Da muss man ein bisschen timen, aber ein bisschen anders. Oh nein! Ich wollte doch nur an dieses Ding ran springen. Mann. Das Gute ist, dass man immer gleich wieder hier anfängt. Vielleicht diese Freunde sind anders. Sie wollen sie wollen. Vielleicht die Freunde sind anders. Ja klar, die wollen uns nicht töten. Ich glaub, ist auch noch einer. Drei Stück fehlen uns noch, dann kriegen wir auf jeden Fall ein nächstes Level. Das stimmt. Auch mal kann diese... Die können wir auch einsammeln, guck mal. Das ist natürlich cool. Ich weiß nicht, ne? Oh, ich weiß das. Das ist ein Blender, oder? Man hielt Leben, glaub ich. Nee, doch nicht. So. Haben wir jetzt ein Ding einstellen? Gut. Das haben wir auch geschafft. Das ist hier längs, ne? Ah, gute alte Vision. Wir hatten immer so gute Augen. Du kennst die Visuals. Einen guten Ballon zum Fliegen haben wir auch noch. Dann darf man nicht vergessen. Wir haben alle größte Frequenzen. Und den selben Beamer-Bite. Rainbow-bound. Oh. Du denkst, diese Statue ist groß genug? Oh, gut. Du brauchst einen großen E-Bite. Können wir einen kleinen E-Bite? Können wir einen kleinen E-Bite? Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen... Andere Richtung. Oh! Das ist in die Richtung. Oh! Was macht er denn? Jedes Mal! Haben wir daneben gesprungen wieder. So. 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 In eine andere Richtung. So. Jetzt geht's los. Okay. Sind wir was anderes noch? Warte. Also jetzt... Also ich finde, die Steuerung ist echt genial. Also es ist wirklich so easy-peasy. Das ist echt cool. Ich hoffe, das geht besser als der Blister. Schon ein bisschen nervig, die Kücher. Uh. Ich bin schon ein kleiner Circus-Künstler hier. Ich erinnere mich jetzt. Diese Sachen ist ... ... Ivy. Ich glaube, wegen all den gigantes Augen. Ist auch echt abgefahren hier. Okay, man kann ja wirklich sammeln, bis zum Fallen, wie man sieht. Okay, wir sind hier, aber wir haben vergessen ... Ich habe vergessen, den Scheinwerfer ... Das war ja sehr blöd von mir. Ich habe vergessen, den Scheinwerfer anzumachen. Mal noch mal. Wie dummer das denn? Wir kommen relativ schnell hin wieder. So. Wie. Wie. So. Hm. Wie. 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 Wist du dir das noch kurz hier? kann hier was geht's irgendwas wo er kann ich hingucken das ist wie so ein psychodelischer traum als traum eher Und es ist besser, aber um eine Gruppe dieser Größe, wir brauchen die ganze Band, Mann. Wir brauchen Tasty, Sniffles, Dr. Touch. Und Audie. Ja, Audie-oh! Du erinnerst, Mann. Wo sind sie jetzt? Oh, sie wollen es auf und die Publikum verlassen. Könnte sein, woher. Dieses Festival hat so viele Hecht. Hey! Wir hatten nicht eine cool Band-Van? Film-O-Bil! Hahaha, geiles Teil. Hahaha. Okay. Okay, lass uns versuchen, ob wir die finden. Sorry. Sie haben vielleicht in die Campgrounds gewonnen. Das ist wahr. Ups. Oh, unsere Promoter werden nicht so lieben. Gute Idee. Lass uns hier gucken. Well, this is the campground. Dr. Touch und Audie used to like to come here. They like to get high out here. So, du sagst, sie sind da oben? Ja. Die Sicht da oben ist großartig. Okay. Also, ich würde sagen, die Band, die werden wir beim nächsten Mal zusammenführen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da, liked mich und haut auf die Glocke. Für mehr Content von Xbox Game Pass oder von der Switch. Das sind so die beiden primären Konsolen, die ich mir diene. Die PlayStation 5 habe ich auch noch da. Allerdings ist da nicht so viel rausgekommen. Deswegen gucken wir mal. Aber wenn ihr wollt, schaut doch mal rein. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020